Heute wollen wir der Frage auf den Grund gehen, warum eigentlich Pluto kein Planet mehr ist. Im Jahre 2006 wurde auf der 26. Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union, IAU, die wissenschaftliche Definition für Planeten neu bestimmt. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der Astronomie und geschieht immer mal wieder. Die Neudefinition wurde nötig, da immer mehr Himmelskörper in unserem Sonnensystem entdeckt wurden. Nun überlegte man sich, ab wann man einen Himmelskörper Planeten nennen darf und ab wann nicht. So wurde mit dieser Neudefinition Pluto leider degradiert und seitdem ist er kein Planet mehr. Heute wollen wir aber einmal schauen, warum Pluto nun kein Planet mehr ist. Die IAU hat für eine Planetendefinition drei Kriterien festgelegt und diese drei Kriterien kann man nun an verschiedenen Planeten oder anderen Himmelskörpern ausprobieren. Unter anderem auch an Pluto. Kriterium 1 Der Himmelskörper muss auf einer kreisnahen Bahn die Sonne oder einen anderen Stern umkreisen und darf selbst kein Stern sein. Pluto kreist um die Sonne und ist bekanntlich kein Stern. Er braucht für eine Runde zwar 247,68 Jahre, aber über die Dauer einer Runde um die Sonne wurde nichts gesagt. Also Kriterium 1 passt auf Pluto. Kriterium 2 Der Himmelskörper muss so viel Masse besitzen, dass die Schwerkraft des Himmelskörpers eine kugelförmige Form erzeugt. Seit dem April 2015 haben wir ganz detaillierte Bilder von Pluto und mit seiner Masse von 1,303 mal 10 hoch 22 Kilogramm bekommt er das mit der runden Form super hin. Also ist dieses Kriterium auch erfüllt. Kriterium 3 Seit der Entstehung muss der Himmelskörper seine Bahn freigeräumt haben. Anders gesagt, der Himmelskörper muss Herrscher auf seiner eigenen Bahn sein oder diese dominieren. Hier hat Pluto es leider nicht geschafft, dominanter Herrscher auf seiner Bahn zu werden. Er ist nämlich nicht allein da draußen unterwegs. Er hat sich zwar einige der kleineren Körper eingefangen und diese bilden nun seine 5 Monde Charon, Nix, Dix, Hydra und Kerberos. Aber er hat es halt einfach nicht mit allen Körpern geschafft. So gibt es sehr viele Objekte, die in der Nähe der Umlaufbahn unterwegs sind. Diese Objekte nennt man auch transneptunische Objekte oder auch TNOs genannt. Was ist aber Pluto nun? Auf der Tagung im Jahre 2006 diskutierte man auch über eine neue Bezeichnung für diese Art der Himmelskörper und entwickelte eine neue Klasse. Seitdem gibt es neben Sternen, Planeten, Asteroiden oder Kometen auch die Zwergplaneten. Das sind die Himmelskörper, die zwar die ersten beiden Kriterien erfüllen, aber nicht das dritte Kriterium. Pluto ist nun also einer von vielen Zwergplaneten in unserem Sonnensystem, aber halt leider kein Planet mehr, da er nicht alle drei Kriterien erfüllt.